Ja Leute, Hallihallo, Hallöchen. Zu einer kleinen Information für euch. Ihr seht es schon fleißig im Hintergrund, der neue Uploadplan. So wird er aussehen. So wird er allerdings nicht ab Montag schon zu sehen sein, also ab dem 8., sondern erst ab dem 15. Das heißt, kommende Woche ist eine Woche Pause. Einige, die die aktuellen Projekte verfolgen, wissen es vielleicht und haben es mitbekommen. Ich bin umgezogen und ich dachte eigentlich, dass ich es ohne Unterbrechung den Übergang hinkriege, aber dem ist nicht so. Ich muss jetzt eine Woche Pause einlegen, weil ich einfach mit dem Aufnehmen ja nicht hinterhergekommen bin, beziehungsweise mit der Wohnung dann noch ein bisschen was um die Ohren hatte, was da ganz klar Vorrang hat. Ja und auch im neuen Job dann mich erstmal so ein bisschen reinfinden musste und immer noch muss. Und von daher, die vorproduzierten Folgen sind aufgebraucht und ab dem 15.02., ihr seht es, geht es so los, wie ihr das oben seht. Montag, Mittwoch, Freitag gibt es unter der Woche Kingdoms of Amalur. Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr gibt es XCOM 2. Das wird dann das neue Nebenprojekt, das zweite Projekt. Und Samstag und Sonntag gibt es von beiden Projekten jeweils eine Folge. Wir hatten das schon mal so ähnlich, beziehungsweise exakt so. Da habe ich allerdings die beiden Projekte jeweils abgewechselt mit den drei und zwei Folgen unter der Woche. Das werde ich dieses Mal nicht so machen. Kingdoms of Amalur soll Hauptprojekt quasi bleiben, wenn man es denn noch so nennen will. Aber deswegen wird es immer jede Woche so sein, wie ihr es seht. Es gibt fünf Folgen Kingdoms of Amalur und es gibt vier Folgen XCOM 2. Das sind für mich neun Folgen, die ich in der Woche aufnehmen muss. Das müsste eigentlich drin sein. Wie gesagt, es hat schon mal funktioniert neben dem Job. Ich hatte ja jetzt lange, lange Zeit keinen Job. Deswegen war das kein Problem, da jeden Tag eine Folge zu jedem Projekt rauszuhauen. Und so mit den neun Folgen in der Woche sollte das hinhauen. Wie ich es bei XCOM 2 mache, weiß ich noch nicht. Ich werde erstmal ganz normal das Let's Play starten. Kann sein, dass die Folgen zwischendrin wieder ein bisschen länger werden, weil viel Überlegungsphase dabei ist. Ihr kennt mich ja in Rundenstrategiespielen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch am Überlegen. Und da möchte ich euch an dieser Stelle gleich mal zu fragen. Das wäre für mich ein relativ großer Arbeitsaufwand, wo ich halt auch erstmal wieder sehen muss, ob das halt alles hinhaut, ob ich das alles schaffe. Dass ich ein paar Überlegungsphasen rausschneide, dass ich nicht so viel übermoderieren muss, wenn ich überlege. Und dass ich mich selber auch nicht so unter Druck setze, weil ich weiß, die Aufnahme läuft. Und wenn du dann irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten am Überlegen bist, weiß ich nicht, setzt mich dann selber ein bisschen unter Druck. Und manchmal treffe ich dann vielleicht die falsche Entscheidung oder eine ungünstige Entscheidung. Das weiß ich aber auch nicht. Könnt ihr ja mal drunter schreiben, wie ihr das gerne hättet. Ob ich das wie im ersten Teil von XCOM einfach alles mit drin lasse. Wenn ich es mal total verkacke, wird halt vielleicht einfach mal vorgespult oder so. Oder wenn es wirklich ewig dauert, bis ich irgendwas hinkriege. Dann kann man das ja immer noch machen mit dem Cut oder mit dem Vorspulen. Aber da bin ich im Moment noch am Überlegen. Aber das Projekt wird erstmal ganz normal gestartet. Die ersten Missionen sind ja sowieso verhältnismäßig kurz. Und insofern sollte das da eigentlich überhaupt kein Problem sein. Ihr müsst jetzt auch vom Sound her ein bisschen, es heilt nicht mehr ganz so sehr. Die Wohnung ist oder der Raum ist ein bisschen voller, als er das in Berlin war. Und hat auch nicht ganz so hohe Decken, heilt nicht ganz so stark. Ist Trittschallschutz drin, was auch nochmal das Ganze ein bisschen abdämpft. Sollte nicht mehr so hallen. Ich hatte das in Berlin, wollte ich mir da nicht irgendwie Eierschalen oder Eierkartons an die Wand klatschen. Das sieht auch immer ein bisschen scheiße aus. Der Raum, wo ich aufnehme, der wird auch noch ein bisschen voller mit der Zeit. Und dann sollte sich das mit dem Hall eigentlich erledigt haben. Ich denke, es sollte auch jetzt schon zu hören sein, dass kein Hall da ist. Oder weniger Hall, als vorher da ist. Gut, aber jetzt bin ich schon wieder viereinhalb Minuten am Schnacken. Das Wichtigste, was ihr mitkriegen sollt, ist das, was ihr seht. Der Uploadplan ab dem 15.02. Kommende Woche ist eine Woche Pause. Ich muss erstmal wieder meinen Folgenvorrat auffüllen, so dass ich, wie gehabt euch, quasi immer eine Woche voraus bin mit den Aufnahmen. Wenn ihr jetzt Folge 1 seht, dann habe ich wahrscheinlich schon Folge 8, 9 und 10 aufgenommen, also für die kommende Woche. Also das war jetzt ein Beispiel, wenn jeden Tag eine Folge kommen würde. Ihr wisst, was ich meine. Genug gesülzt. Eine Woche Pause und ab 15.02. geht es dann, so wie ihr es hier seht, mit Klinglims of Arma, Lua und XCOM 2. Weiter bzw. los. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Woche. Und bin an dieser Stelle raus. Ciao, ciao. Ciao.